Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Oracle FC Bayern gegen Arsenal. Ja, das werden sie verlieren, das Spiel. Zumindest im Oracle. Ach so. Was tippst du denn Schönes? 2-0 Bayern. 2-0 Bayern, ich sag mal 2-1. Ein bisschen werden sie sich wohl anstrengen können, die... Die, wie heißen die denn? Die Londoner, genau. Mhm. Und ich muss, äh, ich muss Van Beuthen aus der Startaufstellung tun. Oh Gott, im letzten Spiel war der ja nicht so erfolgreich. Okay, ich bin bereit. Warte ich nicht. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt mal 5 Stürmer auf dem Spielfeld. Und eine sehr offensive Aufstellung. 5 Stürmer nur? Ich hab 10. Ja, vielleicht sollte ich noch mal irgendeine defensivere nehmen. Viel Erfolg. Es geht los. Ja, ärgerlich. Egal. So, erstmal haut Schweine in Tor fast... äh, fast ein... ins Tor. Juhu! Okay. Auch Regen. Ist sehr schön. Also eigentlich nicht, aber... Gleich mal den ersten Ball verlieren, so ist richtig. Boah, der Spieler, Giroud, den wollte ich gar nicht spielen lassen. Jetzt hab ich Angst. Ah, okay. Ja. Was macht der? Dahint. Ach, überhaupt kein Fail oder so? Schuss! Quatsch. Ja, man kann's ja mal versuchen. Kann man. Boah, ich seh grad, Frankfurt... Ja. ...hat 6 zu 1 gegen Aalen gewonnen. Frankfurt? FSV Frankfurt. Ach, FSV Frankfurt. Ach, FSV Frankfurt. Muss ich schon dazu sagen. Schade. Hey! Der sollte den Schuss nicht antäuschen. Ich wollte da hoch spielen. Ich wollte keinen Schuss antäuschen. Ich wollte wirklich einen Pass machen. Mann. Hast du grad bewustet? Nee. Mein Controller hat gequietscht. Okay. Mit manuellen Steilpässen kommen leider nicht alle an. Richtig. Komm, lauf! Ich hab alle aber... Ich hab... Ich hab die schwarze Verteidigung. Bis auf Philipp. Bis auf Phipps. Lässt du nicht den hier... Batschuber spielen? Der ist verletzt. Ja. Kannst du doch trotzdem spielen, dass... Nein! Scheiß... Pässe. Nee, nee, ich mach hier schon, äh... Ein, ähm... Seriöses? Hey, betreib nicht so. Ich hab doch ganz kleine Ball gespielt. Ja, aber... Einmal. Hart. Nein, nein, nein. Schade. Ui. Der war mutig. Ja. Oh Gott, der Chirut, ey. Nein! Der auch. Aber er hat ihn erwischt. Unten, unten, unten! Jawoll. Tja, ärgerlich. Podolski. Was soll das denn? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Statt dass da denn der Podolski rangeht, kriege ich das Spiel nicht ausgewählt, ey. Oh, jetzt trickst du aber. Hm? Nein! Nein, wo ist denn ein Spieler? Ich brauche einen Spieler. Ohohoho. War der Andela? Ja. Es gibt erstmal Geld für dich. Schade. Der eindeutig den Ball erwischt. Ach komm, jetzt hat er schon wieder die Latte getroffen. Ohohoh, er hat Latte gesagt. Unten, unten steht er. Jetzt steht er da nicht mehr, aber ... Oh! Shirut! Oh! Gold, 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 gold! Das ist bitter. Vor allem wollte ich gerade auswechseln. Echt? Jetzt schon? Ich muss auch mal wechseln. Der Boateng, der ist mir... Der hat mir super mitgenommen und dann eiskalt versenkt. Ja. Ich kann ja mal gucken, was ich noch so hab. Hier. Fabianski. Sag, wenn du fertig bist. Ich bin fertig. Ach so. Aber du kannst ruhig schauen, wenn du möchtest. Nee, nee. Den Will-Share, den würde ich auch noch wechseln. Ich wollte eigentlich nicht schießen. Knapp. Rollt er raus? Ja, er rollt raus. Glück gehabt. Ich hab mal einen Schluck Capri-Sonne genehmigt. Ich hab schon gedacht, dass das sowas ist. Gottes Willen, nein! Müller! Alter! Boah, stark gehalten. Chessny. So, noch ein und jetzt geht's los. Jetzt kommt die Flanke, kommt der Kopfball und das Tor. Fast. Aber auch die Latte. Haha, du hast Latte gesagt. Scheiße. Haha, ich hab Scheiße gesagt. Nein, das kann man nur, kann man nicht mit allem machen. Irgendwann wird's nicht mehr lustig. Haha, du hast lustig gesagt. Das musst du jetzt kaum, kaum Podolski. Haha, Podolski ist zu langsam. Was für faul! Rot. Ach, schade. Ach, achte mir schon, ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab ihn, ich wusste ja, dass, dass ich da nichts mehr machen konnte, einfach mal das Gefahr, das war mich zurückziehe. Und jetzt halt, Moment, jetzt kommt erstmal der Podolski. Lahm muss im Tor stehen, der hält den jetzt auf. Boah, war nicht mal so schlecht. Er war besser als der letzte. Ich muss das irgendwann mal üben. Pff. Und dann fällst du ihn super ab, auch noch? Pff. Haha, das war klar. Aber, wär cool. Oh, durch die Beine. Ach, Mann, wär der, wär der, wär der ein bisschen größer. Ich hätt das, ich wär, glaub ich, ausgerastet. Ich glaub's auch. Noch, darf ich ja, doch dürfen wir ja laut sein. Ja, eben. Spät. Komm, Pfeilrückzieher. Ja, nehmt den Kopf. Und dann, tschau. Die Sweater werden nicht belohnt. Ja, anscheinend. So. Nein, der pfeift ja gar nicht ab. Oh, Mann. Warum ist denn der Vorteil schon weg? Hust, hust. Nein, nein. Mein Gott. Verrückzieher. Jetzt mach ich extra so ne kurze Flanke, dass er Fallrückzieher auspacken kann. Ne. Gut, dass er noch über meine Beine stolpert. Mhm. Ja, die Flanke kam jetzt nicht mehr so gut. Erstmal hier ein bisschen laufen und dann, dann. Komm, Ziru. Erstmal schön klären. Mhm. Erstmal schön zu Robben passen. Steh auf, du Kerl. Erstmal ruhig aufbauen. Mhm. Wollte ich sagen. Ja, der ist drin. Oh. Glück. Scheiße. Mann, das war schön gespielt. Mhm. Der Dante holt den Ball. Mhm. Der, äh, ähm, wie heißt er? Ja. Der, äh, nein, der verbeugt. Jetzt ist ein Freistoß. Ich bin nicht hingekommen, weil ich dich gefault hab anscheinend. Ich versteh's auch nicht. Na. Was steht der da so frei? Mann. Schade. Der ging dir vor. Nein, jetzt nicht mehr. Lauf, Robben. Du kannst noch. Jetzt konnte er nicht mehr. Jetzt ist er Gips und er macht alles. Oh, ich darf mich kretschen mit dem. Oh, Alter, ich hab noch gar nicht... Geil. Na. Warum nimmt er den Ball auf einmal an, Sean? Oh Gott. Entschuldigung. Der ist schon gut. Warum pfeift er da und für dich Freistoße? Ich versteh das nicht. Keine Ahnung. Fallrückzieher. Erfasst. Jetzt pfeift er eh ab, bestimmt. Das wär so typisch. Ja, hoffentlich. Nein, Idiot. Oh Gott. Abdrängen. Schade. Ja. Schade. Jetzt gibt's rot für dich. Bitte. Ach, schade. Gart. Das wär's jetzt. Der Ball liegt der Arsch. Schade. Das wär's jetzt. Karte für dich. Ja, vor allem, weil ich ja gar nichts geworfen habe eigentlich. Ja, ich hab dich abgeworfen. Ja. So. Jetzt haut er erstmal einen raus. Mhm. Und ich auch. Ja, dann kommt der Pass halt vom Robben. Brauchst nicht du passen. Oh, der war zu fest. Ja. War ich das? Ja. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Deine Pausen, kein Problem. Der D war gut. Die D war gut, aber seine Beine waren zu kurz. Ja, ich hab nicht gedacht, dass ich da so frei durchkomme. Oh, 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 faul. Ach, jetzt wieder von mir natürlich. Warum eigentlich dauernd? Kannst du mir das mal erklären? Keine Ahnung. Warum stell ich vor den Ball? Boah, fuck Podolski. Nein, grad wollte er ihn. Jetzt spiel ihn. Ja, weiter, dahin, ja, genau. Nein. Wer sind das für meinen? Oh, das wird knapp. Spiel doch einfach den Ball. Mann. Zwei Tore noch. Das wird nichts mit dem scheiß Longshot. Ja, kann man doch mal probieren, wenn man 1-0 führt. Ja. Süß. Der wollte eigentlich nach oben passen, aber... Bisschen Fail. Fuck, fuck, fuck. Lauf. Jawoll. Ach, komm. Juhu. Tor, 1-1. So ist richtig. Ärgerlich. Ja, war halt gut gespielt von Robben. War echt nicht schlecht. So. Erst mal, erst mal einen Umhau. Einfach mal so, just for fun. Ja, mit dem nicht. Oh Mann, nur mal nicht Angst. Komm, komm, komm. Auf. Jetzt wollte ich's auch versuchen, Mann. Oh, wenn der durch wär. Warum ist der so langsam, Mann? Hat Schweinsteiger Longschuss-Qualitäten. Schon, oder? Longschuss? Ja, Longschuss. Ja, Langschuss. Nein, er hat schon Longschuss. Longschuss. Ja, ist doch ein schönes Wort. Oh Mann, Zuges hat schon ganz gute. Doch klar, Schwein und Groß, glaube ich, bestimmt auch. Ja, ja, Groß hat sehr viel sogar. So. Kurze Ecke. Oh. Aber nicht nochmal, oder? Torwart, sicher. Alter, das hasse ich ja, wenn sie so zu kurz abwerfen. Ja, ist ärgerlich. Und der Ball gleich zurückkommt. Mhm. Er hat immer mit seinen scheiß Vorteilen. Oh, wohin denn? Ich hab Angst. Nein! Boah, diese Schüsse, da hab ich immer übel Angst, ey. Weil die können einfach mal reingehen, von Ribéry und von Robben und von Groß vor allem. Da muss das sein. Muss ich doch mal sehen. Bumm. Das ist schief, ey. Und dann nur auf der andere drüber. Aber da hätte das faul, muss das sein. Ja. Okay, jetzt muss ich erstmal wechseln ein bisschen. Boah, Alter, wo er gehört jetzt 97 Antritt? 97? Ja. Alter. Äh, wen tue ich denn jetzt rein? Hier, Worldshare. Okay, passt schon. Bisschen defensiver. Bisschen offensiver. Naja. Du tust... Offensiver für Offensiver, ja, ja, ist schon gut. Man zuckt es raus und tust, äh, ne Ananas rein. Was? Ja, halt Gommes. Ne Ananas? Ja, keine Ahnung, wiss nicht mehr rein. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja, ich hab Ananas gegessen. Ah, das assoziierst du mit Gommes. Da, erste Aktion. Die beiden neun. Ja. Die beiden neun. Oh Gott, schade. Jetzt, für einen kurzen Moment, gerade echt Schiss. Aua. So wird das nix. Richtig. Oh. Wohin? Warum nicht ins Tor? Hä? Das hat dich verwirrt, dass ich ihn Torwart geholt hab. Gib's zu. Ich wollt übern Torwart drüber lupfen, aber irgendwie kann er das nicht. Ball. Voll. Alter, der pfeift auch nur für dich. Ja, wenn du mich auch nur umfoulst. Ich foul dich gar nicht um. Oh Gott. Oh Gott. Danke, Firi. Ist kein Foul. Spiel ihn da rüber. Oh Mann. Genau da hin soll er. Nein. Und er nimmt den Ball nicht an, der Idiot. Ja, leider. Ja, aber der war schlecht. Der war. Holy, holy, fuck. Nein. Ah, warum wurde der noch abgefälscht? Ach, der ist der Robben, der ist. Muss ja auf links sein, verdammt. Da runter. Oh. Da hoch. Na. Wer abseits. Ja. Deswegen hat er den Vorteil noch abgepfiffen. So ein Arsch. Ja, schreib es dir auf die Hand, Firi. Okay, jetzt hat er erstmal einen Fallrückzieher. Schön. Warum fängt er den denn nicht? Mann, Boateng, was machst du denn? Okay, jetzt hat er, jetzt hat er Tor. Oh Gott. Fallrückzieher. Erfasst. Da behindern sie sich. Woher passt der denn? Lauf, lauf schneller. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Oh, mein Wildschirm, Mann. Satt, geh weg. Gib mir den Ball. Spiel ihn da außen. Ja, genau da. Och, komm, Alter. Wehe, Mann. Nein, nein. Komm es. Ach, komm, Alter. Juhu. So ist recht. Verdient der Siegtreffer. Nein, ich hab nichts gesagt. Ich hoffe es mal. Fuck. Irgendwie hab ich's mit Toren in den letzten Minuten. Ja, ich weiß schon. Hey. Komm, war sehr offensiv. Und jetzt hat's. Vier Minuten, komm. Ich hab noch Zeit. Komm. Ach, komm. Nein. Nein, nein. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Gib mir den fucking Ball. Neuer. 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 Nein. Abseits. Ja. Ah, Gott. Ich dachte mir grad, warum kommt der Neuer nicht und holt den scheiß Ball ab. Mein Herz. Alter, was war das denn? Fuck. Fuck. Komm, Alter. Fuck. Weg mit dem Ball. Jawohl. Ah, Gott. Wieder in der letzten Minute noch gerettet. Wie ärgerlich. Beide Spiele. Die letzten beiden Spiele hast du in der letzten Minuten verspielt. Ja, weiß ich. Na gut, dann. Wir danken uns fürs Zuschauen und, ja. Sagen bis zum nächsten Mal mit Leverkusen. Ciao. Ciao.